Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von DesiFrostline. Zu dritt? Zu AR. Weil Manu ist gerade weg und ich, ja, ich krepiere nämlich gleich. Ich fresse jetzt nochmal Schnee und hoffe, dass ich ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen überlebe. Also dein, wie sieht's denn aus? Dein Essen und Trinken ist... Alles rot. Alles rot? Alles rot. Dein Ess und Trink was? Darin besteht das Spiel. Trinken haben wir auch. Ja, das mach ich die ganze Zeit. Schick es dir rein. Mach ich die ganze Zeit, ist kein Scheiß jetzt. Ich esse und trinke wirklich permanent. Die ist auch eine schöne Wodkaflasche. Ich mach mich jetzt hier leer und gehe einfach los und hoffe. Es bringt, es weiß ich nicht. Willst du zum Medic-Gebäude laufen, oder? Ja. Ich leg jetzt hier alles rein. Der Platz, sag ich mal, hier ist ja bekannt. Aber außer, einmal Essen nehme ich auf jeden Fall... Nee, Essen nehme ich im Allgemeinen, würde ich sagen, mit. Da haben wir genug von. Also wenn ich das verliere, ist das egal. Ich nehme auch gleich nochmal von drinnen was mit. Genau, Bandage nehme ich auf jeden Fall auch einmal mit. Ein Messer nehme ich auch vorsichtshalber mit, auch wenn es ein Knochenmesser ist. Und die Schuss nehme ich mit. Diese Chlor-Tabletten lasse ich hier. Gut. Weil ich, wie gesagt, ich verliere Leben und so. Ich brauche Tetrazylin ohne die Tabletten, glaube ich, ist das wirklich nicht mehr lange. Du musst der Stromleitung einfach die ganze Zeit folgen. Alter, die Karte springt hier auch immer wieder, wenn ich hier raufgucke. Die sind hier oben. Das heißt, genau. Wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße, würde ich sagen, rechts, ne? Ja, rechts. Bleib bei der Stromleitung folgen. Genau. Ja, bis... Genau. Nee, das ist zur Kirche, die Stromleitung. Ich laufe erst mal los, scheißegal. Aber mal gucken. Scheiße, wenn jetzt ein Wolf kommt, dann ist es ein bisschen frühzeitig Feierabend. Was hat er gesagt? Achso, das ist nicht für uns. Ich weiß nicht, ob er redet. Er hat angetäuscht. Hier ist ein Hirsch. Oder ein, was weiß ich. Ein Hirsch. Oh, fies. Dass du Bescheid warst, Manu, ich bin jetzt auf eigene Faust erstmal los. Draußen in der Tonne liegt alles drinnen. Weil ich verliere Leben. Ich glaube, das wird auch nicht mal lange was. Ich bleibe auf jeden Fall auf der Straße, dass wenn ich sterbe, dass ich meinen Loot wenigstens wieder finde. Ich laufe ernsthaft in die falsche Richtung. Es ist unfassbar. Du bist ja nicht einfach mit uns mitgelaufen. Ja, weil ihr da drin noch alles grillen müsst und so. Naja, Manu kann ja schon mal mit dir gehen. Warte. Ich komme jetzt eh zurück. Ich bin falsch rumgelaufen, wie immer. Pack dir mal fertiges Fleisch schon mal ein. Okay, warte. Ich packe das Unfertige mal hier hinten hin. Ach, du hast auch noch Fleisch. Naja, acht Stück noch. Ich brauche einfach nur scheiß Tetrazylin. Wölfe. Leute, ey. Ich komme wieder rein, ne? So eine Scheiße hier, ey. So kleine Wanderhumers hat es gebracht. Gar nichts. Hallo. Gehen Sie bitte. Wieder quicklebendig. Ich habe ja auch schon mal fertiges Fleisch, Alter. Ja. Du hast ja immer noch Fisch. Ja, das... Ja. Kann man so viel Fisch haben. Vielleicht mag ich gar keinen Fisch. So geil. Wolltest du da mitkommen, Anno, oder? Ja, Kalle, pack doch mal hier noch Fleisch ein. Habe ich schon. Habe ich schon. Und noch mehr? Ja, ich muss hier noch was nehmen, sonst kann ich das nicht alles mitnehmen. Ich kann auch alles nehmen. Ja, ich kann auch. Ja, nimm alles mit, was da liegt. Warte, das ist ja auch nur. Das Rucksack ist voll. So, Manu, dann mal let's go. Let's go. Wo ist deine Armbust? Na, draußen in der Kiste da, im Fass. Aber willst du das mitnehmen? Nimm alles mit. Ich auch, oder was? Ja. Darum ging es doch. Du nimmst einfach jetzt alles mit und gut ist. Sicher? Ja. Hauf zu simulieren. Warum nicht? Mach dir die Tür zu. Ich glaube nicht, dass das was wird. Das ist halt das. Doch. Wusste, wenn du stirbst, ist das ein Problem von Zukunft, Kalle. Ja. Geil. Esst zwischendurch ein bisschen gelbem Schnee. Ja, das ist gut. Ich mache auch mal eine Beine Flasche, ist gleich nochmal voll mit Schnee. Nein. Ja, ich habe ihm gerade ein ganzes Stück Fleisch gefressen. Vielleicht deswegen. Was, du gekotzt? Warte mal, du gekotzt. Ja. Ja. Ja, gut, das geht ja. Dir gäbe es dann auch einiges besser. Ja, für mich. Also, ja. Ich brauche ohne Tetrazylin, glaube ich, ist für mich hier Feierabend quasi. Oder für uns. Naja, weiß ich. Dir geht es ja kurz scheiße gut, oder? Ja, also ich esse mal ein bisschen was, trinke immer ein bisschen was. Bloß nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann ist gut. Ich habe dieses nur ein bisschen, Mensch. Ja, das ist... Ja, das ist einfach. Ich finde es geil, du kannst überall Wasser holen, wenn du schon krank bist. So, Manu. Wollen wir? Ja. Ich bin vor dem Tor. Super duper. Super duper. Jetzt brauche ich wirklich demnächst neue Schuhe. Ich hätte... Demoliert sind meine Schuhe. Alter. Ja. Schön den gelben Schnee. Den, den ich mag. Du kannst immer weiter gehen und ich renne dann immer zu dir einmal dann. Ich muss öfters gelben Schnee essen. Geil. Weil die Flasche will ich jetzt noch nicht angreifen, sag ich mal. Erst wenn wir... Alter, schon wieder. Eher auch Leute. Schon wieder kurz. Nein, er blinkt rot. Nicht gut. Und irgendwie... Der Fisch bringt mir auch keinen. Trinken. Gar keinen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Stopp. Ne, Manuel. Ich renne doch nicht. Das ist... Ich glaube, das ist zu extrem, oder? Ich weiß es nicht. Ne, ich renne lieber nicht. Das ist zu dolle. Sonst... Willst du trinken ist rot? Essen auch? Ja, beides rot. Ey, was machst du, Manu? Nur gucken. Und sich genießen. Achso. Willst du dann vielleicht lieber zur Quelle gehen und da so lange was trinken und essen, dass du wenigstens aus dem roten Bereich wieder rauskommst? Ich dachte, da laufen wir jetzt hin. Ne, nein. Die Quelle ist in eine andere Richtung. Ne, es ist... Ich kann auch die ganze Zeit... Hey, wir laufen zur Stadt, habe ich gesagt. Zum Krankenhaus. Ja, ich dachte davor. Davor hieß es doch erst so ein Brunnen und dann da. Das ist komplett in eine andere Richtung. Naja, Alter. Laufen wir jetzt zur Stadt. Da gibt es keinen normalen Brunnen. Na gut, die werden auch zu viel von. Alter, der ist ganz schön nah, oder? Der rührig. Wow. Rührig. Alter, warum habe ich hier zwei Marienkäfer drin an der Scheibe? Was? Wo kommen die her? In die Jahreszeit? Durch die Lüfterung angesagt. Sind die im Brennholz drin noch? Nein, kann ja sein. Kack, hier ist kein Schnee mehr. Oh, nee. Hast du hier links und rechts immer was? Meinst du, das kann man noch? Ja, das geht. Überall, wo so eine weiße Fläche ist, geht das. Zumindest da, wo ich es bis jetzt ausprobiert habe. Zumindest du angeguckt, nicht direkt. Nee, war ich hängen genommen. Ob wir jetzt nicht stolpern, ja? Und dann wieder kotzen währenddessen. Im freien Fall unter drin. Boah, er hat es getan. Der hätte jetzt wieder kotzen müssen, aber so geil gekommen. Der hätte mal richtig gesehen, wie du dabei gesprungen wärst und im Strahl dabei. Alter. Schön, ein langer Kotzen im Strahl. Nicht im Dreieck, sondern im Strahl. Aber jetzt gab es ja hier auch nur Hirsche, ne? Jetzt gibt es ja auch gar keine Elche, ne? Der war doch nur bei einer Malz, das mit den Elchen. Das ist ja schade. Ich habe gedacht, hier gibt es die Elchen. Ja gut, ich dachte auch nochmal, jetzt ist die neue Karte hier, ne? Ich wusste ja nicht, dass es Schakal wird. Kannte ich nicht. Schakal wird ein Movie. Das ist ja schon. Perfekt. Was? Ah ne, ist das hier? Nein, das ist ja auch so ein, weiß ich nicht. Das ist doch so ein random Ding. Oder? Ne, das ist das doch nicht. Das blaue Dach, das sieht halt so aus, ne? Ne. Ne, ist nicht mal ein Viertel, was wir geschafft haben. So, dann presse ich jetzt wirklich nur ganz langsam. Was ist das Minimum? So. Nur nicht mal ein Viertel Balken. Ne. So, wegpacken. Alter, mein Leben. Ich habe jetzt nur ein halbes Leben. What the fuck? Ein Fuchs. Fuchs, ja. Ne, der ist schneller als wie du. Zombie. Hörst du das? Wie die schreien, ja. Äh, Zombie und... Ja, zwei Zombies. Lass mal. Drei Zombies. Einer ist noch hinter dir. Der Fuchs hier. Hallo. Ja. Ich glaube, du hast mich zwar auch getroffen. Nein, ich habe nur ihn in den Rücken. Habt ihr den nächsten? Ja, die Oma-Kennung ist aufgehend. John Rick, Alter, mit Armbrust. Alter, wie die schreien, Alter. Wie in Reel. Kalle, wolltest du nicht eine Dose haben? Eine Dose? Ja. Die zu mir hat es eine Dose. Gebackene Bohnen. Naja, ist jetzt die Frage. Ich glaube, das macht sogar Sinn, oder? Wenn ich mal sowas esse. Wäre vielleicht ganz... Du sag mal. Ganz gut, ja. Hast du die dabei jetzt, oder? Ja. Soll ich dir gleich eine offene von meinen einfach geben, oder? Ja. Welche willst du? Egal. Oder willst du die Pfirsich, weil die mehr Wasser begeben? Ich. Wow. Oh, ja. Ich habe doch noch nicht mal gerade was gemacht, Alter. Ja. Das kann nicht wahr sein, das Spiel ist echt zu dolle. So was? Nee, dann behält du, das ist ja jetzt... Haben wir jetzt alle. Ist egal, komm. Weil meiner schreit auch schon rum, tatsächlich. Also jetzt habe ich starke Schmerzen. Das wird bei mir tatsächlich immer schlimmer. Ich habe nur noch zwei Vitamin-Tabletten. Dosen-Speck gibt nicht mal... Ja, deswegen sage ich ja. Ob du nicht lieber die Pfirsich hast. Nee, gibt gar keinen Trink, meine ich jetzt. Gar keinen. Ja, deswegen sage ich ja. Willst du lieber Pfirsich haben? Das bringt ja was. Ja. Was? Oh, das ist ein Kanickel. Ja. Da ist ein Kanickel, bleib stehen. Widersteht, Alter. Boah, ach stimmt. Das Ding trifft ja nicht aus der Entfernung mit den Dingern. Warte, ich muss mir sehen. Ey, das trifft einfach nicht. Wow. Wow. Ich habe, naja. Also von der Entfernung mit einer Pistole ist schon lächerlich. Es ist... Ich würde auch ehrlich gesagt nicht gerne sterben, weil... Ist der erste Charakter. Scheiße, wo sind jetzt meine... Da war einer. So, bis zum nächsten kleinen... Hä? Nicht, weil Dosen für sich hier bringt Trinken. WTF? Hä? Die müssen uns noch mal essen gebracht. Ja. Was machst du eigentlich, Felix? Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Okay. Querfeld 1 oder auch Straße? Querfeld 1. Okay, dann machen wir das jetzt auch. Aber ich kann die Stadt schon sehen. Bin nicht über den Berg gelaufen. Na du, so oft wie ich hier trinken und essen muss. Gut, dann lass uns auch hier. Das müssen wir so oder so, wenn wir zu Fuß sind. Ich dachte, er kommt hinterher, dass wir uns wieder treffen. Okay. Weil wir brauchen halt... Oder ich brauche halt deutlich länger. Hiervon kann ich... Ich will nochmal... Bist du. Das ist da unten? Nee, wie sieht er denn schon die Stadt? Oder links? Doch, das ist doch das. Das hier unten links war nicht. Da hast du noch mehr. Muss ja das sein. Also gut, ich war auf einem riesigen Berg und deswegen konnte ich die Stadt sehen. Oh, das kommt noch so. Oh, das kommt noch so. Ich habe keinen Ton mehr. Äh. Ist taucht. Was war das? Der Sound war richtig weg. Oder ist das auch, weil er halt einfach schon zu krank ist? Ich war echt. Das wüsst du. Weil der Sound war richtig dumpf gerade. Scheiße. Hier ist ein Seil zum Fessel. Das bringt auch nichts mehr. Doch. Kann ich wissen. Dann kotzt du nicht mehr. Ach doch. Noch stärker. Ist das jetzt schon die Stadt, wo wir sind? Nee, oder? Das ist auf jeden Fall irgendwas hier. Also auf der Karte hätte ich jetzt gesagt, dass das diese komische kleine Kaffee ist. Ja, kann sein. Ich weiß ja nicht. Ich habe noch nicht auf der Karte geguckt seitdem. Ich dachte, hier ist es denn so ungefähr. Ihr wisst es denn. Nee, gar keine Ahnung. Überhaupt gar keine Ahnung. Also ich bin schon in der Nähe vom Krankenhaus. Ich loote mal hier und gucke mal, ob ich irgendwas finde. So, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Käffchen. Also ich hätte jetzt gesagt, dass er eigentlich dann bei uns hier ist. Wie soll ich das jetzt auf der Karte finden, wo wir sind? Wir müssen die Straße hoch. Ja, jetzt ist die Frage. Ich kann sowas auch nicht. Ja doch, wir brauchen jetzt nur wieder den Namen. Ja, wo wir sind, weiß ich. Wir sind in... Achso, toll. Dieser kleine Ort hat keinen Namen. Nee, sag mir Koordinate. Achso, ja. 64, 48. Da sind wir. Wir brauchen nicht mehr weit. Eine Straße rüber und wir sind da, aber... Doch, klar. Das ist hier hoch und dann rechts. Also quasi in die Richtung. Also dann ist meine Karte gerade irgendwie anders. Ja, irgendwie sieht es anders halt jetzt mal. Weil ich habe jetzt links irgendwas mit 0, 3, 2, 4 Bums stehen und oben auch. Wie geht das denn? Ey, wir müssen... Irgendwas müssen wir machen. Ich habe jetzt rotes Leben, also ich werde, glaube ich, gleich auch ohnmächtig. Ja, ist scheißegal. Einfach. Achso. Oh, das ist das Maximum, was ich machen kann. Das sind Zombies. Der hat dich, glaube ich. Das wackelt zu dolle. Ich glaube, ich... Wo bist du? Ich? Ich bin hier bei dem kleinen Häuschen. Ja. Ich habe während des Kotzens geschossen. Schon wieder kein Sound ingame. Ey, wow. Was war das denn? Der hat jetzt gerade hingeworfen. Wir haben schon Tetrazylin. Mehr brauche ich nicht. Und Vitamin. Ja, Vitamine. Weil ich esse und trinke jetzt ganz ultra vorsichtig und langsam. Also, so schlimm hatte ich das, glaube ich, noch nie in dem Spiel. Naja. Warte mal, jetzt ist hier ein einzelnes Haus. Da ist es doch, oder? Das ist so ein blaues Haus. Das ist ein großes Haus. Ja, nee, ist ein groß. Ich... Irgendwie... Ich habe halt keinen Bezugpunkt, wo wir sind. Ich auch nicht. Soll ich schießen? Mit der Blaze war es zu weit weg, oder? Ich schieße mal mit der Blaze. Ja, warte. Wird von rechts sein. Also von gerade. Hörst du? Äh, von links! Da, ja. What the fuck? Wie wenn... Ich... Alter, ey, ich kann nicht rennen, ne? Ich habe... Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich werde wirklich gleich unmächtig. Ich habe gar keinen In-Game-Sound mehr. Alter, das halte ich auch noch nie. Ist einfach wie... Wie stumm. Das heißt, ich werde jeden Augenblick unmächtig. Der Bildschirm wird... Oh ja, oh ja. So, das ist mein Maximum. Ich fasse dich dann kurz an und dann geht's wieder. Oh, Junge. Ja, mein Trinken ist wieder rot. Danke, Merkel. Okay. Aber in die Richtung... Maut doch gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Ja, noch mal schießen. Ich höre nichts mehr vom Spiel. Ey. Nein, ist das wirklich... Also, tatsächlich. Ich höre gar nichts. Ich höre keinen... Kein... Kein... Kein Wind, kein nichts. Ist wirklich wie stumm. Weil ich mach mal laut. Ich mach mal ganz dolle laut. Oh, doch. Alter, ganz dumpf. Ja, gut. Einmal schießen wir nicht schlecht. Warte kurz, bevor du das machst. Dann stell dich mal ganz kurz auf volle Pulle. Ich habe auch laut gemacht. So, jetzt kannst du. Ja. Und, ja. Warte, ich schieße. So. Was klingt? Wir sind jetzt da hinten? Hä? Ich verstehe das nicht. Ja, ich... Einen Moment, ich will noch kurz versuchen. Alter, das wird immer schlimmer, Alter. Ich würde sagen, ich schaff's nicht. Hier ist die Stadt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich schaff's schon wieder. Oh. Mein Apfel ist gelb. Wie tef, wie hab ich denn das hingekriegt? Oh, ist doch gut. Nee, ist das... Irgendwie glaube ich nicht mehr, dass das Wasser liegt, sondern echt an dem Fleisch. Ja, als ob man kein Wolfsfleisch mehr essen darf. Wird es grad dunkler, oder ist das mein Bildschirm jetzt grad? Es wird dunkel. Okay, okay. Alter, wenn ich das jetzt hier noch schaffe, das wär so krank. Ich hab's ja noch kein Tetrazylina, ich hab Kohle-Tabletten. Mit alles drin geschmissen, alles, was geht. Ja, ja. Manu, nicht so schnell. Ich weiß, du gehst nur, aber du bist zu schnell. Die Folge... Die Folge lass ich jetzt, glaube ich, nochmal laufen. Also, nee, ich bin schon bei 25. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abnimmt mich, gebt da noch oben. Schreibt den Kommentar, wie euch dieses Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.